Ich bin in Hamburg geboren, in Hamburg groß geworden und ich war damals der Manager im Starklub in Hamburg. Ich meine, die Beatles, sie haben sehr viel Chance gehabt und Gelegenheit gehabt, in Hamburg im Starklub zu üben, mit anderen Bands in Konkurrenz zu sein und das hat sie unheimlich angesprochen, glaube ich. Und sie hatten natürlich auch das Talent dabei, was die anderen vielleicht nicht so hatten. Es gibt so viele Anekdoten mit den Beatles. Ich meine, in Hamburg gibt es einen sogenannten Fischmarkt. Und Fischmarkt ist ein Sonntagsplatz, wo Leute hingehen, die irgendwas noch kaufen wollen. Und eines Sonntags morgens hatten die Beatles die Idee, am Fischmarkt ein Schweinchen zu kaufen. Und kaufen dort ein kleines Spanfägel, und eine Hundeleine natürlich dazu. Und banden das diesem Schweinchen um und führten das Schweinchen an einer Hundeleine spazieren. Und sie kamen auch in die Daffysstraße und wollten nach Hause und mussten an der Daffysstraße vorbei. Und weil das Schweinchen langsam nicht mehr so mitlaufen wollte, wie die gelaufen sind, haben sie dieses Schweinchen so genannt in den Po getreten. Und es hat eine Dame gesehen, eine Frau gesehen und die ist dann zur Daffyswache reingegangen und hat gesagt, da draußen quillen vier halbstarke, ein kleines Schweinchen. Und dann kam der Polizist mit raus und hat dann die beiden, äh, hat dann die vier verhaftet. Dann kriegte ich morgens einen Anruf, ich hab schon geschlagen, das war halb zehn, zehn. Sind Sie Herr Fascher? Ich sag, ja. Er sagte, hier sind vier halbstarke, die können Sie nicht ausweisen. Die nennen sich die Beatles. Ich sag, die Beatles, das sind nicht die Beatles, das sind die Beatles. Mit B. Und er sagte, es ist mir egal, wie die heißen, aber die kommen keine Ausweise hier und sie müssten da jetzt für sorgen, dass sie sie ausweisen können, sonst behalten wir die hier in der Zelle. Dann bin ich mit dem Passport da hingelaufen und hab die Passports vorgelegt und sie konnten so nach einer Viertelstunde denn die Polizeiwache verlassen. Aber sie mussten das Schweinchen mitnehmen, das konnte da ja nicht bleiben. Aber der Polizist hat gesagt, nicht, dass ihr es wieder hinter euch herzieht oder vor euch her schiebt, sondern ihr tragt das. Der Netteste von den Vieren, der muss das Schweinchen tragen, das war George Harrison damals. Und George Harrison kriegt das Schweinchen in den Arm und ging da, glaube ich, zwei, drei Schritte mit, da machte das Schweinchen unter sich weg. Und George war von oben zu unten voll gemacht mit, mit harten und mit weichen, äh, ja, wie soll ich das sagen, Kot und Pipi. Nun war das Sonntagmorgen, wo das Schweinchen lassen, hier bei uns in der Wohnung, wo die vier geschlafen haben. Und wie es so passiert, das Schweinchen macht wieder natürlich in die Wohnung rein. Dann habe ich die Jungs beauftragt, die Wohnung sauber zu machen. Und am Dienstag, als ich rein mache, Frau wieder hingeging, da war das Schweinchen immer noch da und es war noch mehr Kot in der Wohnung. Dann bin ich da rauf und dann musste ich sie wieder zur Ordnung rufen und haben sie gesagt, Horst, wir haben da in der Zwischenzeit zwei kleine Haustiere, unser Schweinchen und einen kleinen Igel. Ich sage, wieso ein Igel? Dann haben sie das Zeitungspapier hochgenommen und darunter war dann wieder viel Kot und dann hatten sie die Zigarettenstimme, was sie in 2000 verraucht haben, haben sie da reingesteckt. Und jetzt haben sie einen Igel und ein Schweinchen und jetzt musste ich dafür sorgen, dass die beiden Tiere endlich aus dem Haus kamen. Und das habe ich dann auch gemacht irgendwie. Und es ist mir dann geglückt. Aber so waren die Beatles. Also den Kot wegzumachen, da waren sie nicht imstande zu. Und das Schweinchen da zu handhaben, da waren sie auch nicht imstande. Also sie waren nur gute Musiker, aber keine anderen Talente hatten sie. Andere Orte kennt, wo nur nachts Disco ist, unten am Tage oder am Tage liegen die Besoffenen am Strand oder was auch immer. Hier kann man ausruhen, aber hier kann man auch Spaß haben. Super. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020